Jo! Boah! Ich snack nur abgeraht! Ich hab drei Kehl schon abgesnackt! Hey! Ich kann ja gar nicht abhören! Hey! Wieso kann ich nicht abhören? Hallo? Spiel! Spiel! Hallo! Ich mach das! Hallo! Spiel! Nein! Hilfe! Der muss nicht hassen! Du hast doch... Moment mal! Ja Sven, jetzt erzähl mal! Nee, nee, Moment mal! Dann hat Ubisoft wie über den Tisch gezogen! Ich hab nicht die Standarddings gekauft für 14 Euro! Ich will mein Geld zurück! Für was? Für die... Für die Standardvariante? Für die Standardvariante oder für Kriegshalber? Äh... Für beides! Zweimal von Ubi... Alter, Ubisoft haut mich als sowas in Wunderschön! Ubitech! 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 Wie schnell als du, Yoshi! Zone A verlor! Nein! Zone C eingenommen! Wie hab ich auch umdreht! So! Okay! Verhalten Sie hin, Sven! So gewinnen wir! Zwei gegen eins! Gar kein Problem! Zwei gegen zwei! Okay! Ich hab Kill gemacht! Ich hab Kill gemacht! Ich hab den Wächter angekillt! Ist ja gut! Du nicht! Du nicht! Du nicht! Du nicht! Boah! Wohin kurzer Ausdauer! Wo bist du hingegangen? Ich bin... ich hab A obert! Ah ok! Na ja! So bin ich halt! Ich halt hier noch B! Ah ja! Kein Ding! So! Jetzt bin ich wach! Halt Stopp! Du brauchst Hilfe? Ja! Bin tot! Bin nicht tot! Bin krass! Bin down! Ah Mann ey! Ja! Ne! Ist ja veraltet über eine offiziellen Stolz zu kaufen! Da stimme ich dazu! Da hat jemand gut geholfen! Ich hab einen geholt! Ja! Den du dich angeholt hast! Im Murachenmodus! Ja! Der andere war ein stärkerzig! Happy Burs! Happy Burs! Happy Burs! Happy Burs! Ich hab auch vor... Ich muss aber auch sagen... Ich hab vorne auch... Wie gesagt... Vorgestellt damit... Weil ich im Halb war... Als das damals bei der 3V gesteckt wurde... Da hab ich nie... Bin ich nie so richtig reingekommen! Irgendwärts war zu sagen... Das war sie... Fähig ist mega nice! Vertretwelt! Das wäre lieber hier... Counter-Strike! Ich hab mal zuvor nach der 1... Eingenommen! Oh Gott! 3 auf C! Also Leute... Ich... Aua! Äh... Ja genau! Ungefähr scheinigen! Weil wir ja... In For The King sind wir ja... Im Finale quasi! Also je nachdem wie lange das dauert! Ich bleibe gerade eine Kriegstreiberin! Wie geil! Oh Hit-House! Alter ich bin doch dumm! Aua! Aber nicht so gut... Aber nicht so dumm wie dein! Easy! Ich bin tot! Das war viel oder ist so dumm! Oh mein Gott! BAM DOR! Was soll los? Ich bin auch im taunen! Halt stopp! Ich bin auch im taunen! Was tun denn hier? Ich bin am taunen! Ist das doof? Haha ist das dumm! Haha ist das dumm! Haha ist das dumm! Haha ist das dumm! Wie säkert er? Oh ja! Happy Birthday Swing! Ich wusste gerade C! Die fährt gerade von 3 Leuten auf... ... auf C-Gol! Eingenommen! Oha! Oder A! Ne, nachdem! So, oder A! Hallo! Ja, leicht spammt, das geht auch gut! Alter! Also Heavy Spam war jetzt aber auch gut! Ich muss sagen! Haha! Haha! Ah, der dick und doof wieder unterwegs da oben! Haha! Haha! Hallo! A! 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 He! He! Juhuuu! Ja, nee du hast C Gold, gut! Hab ich nicht, ich bin auf B! Ich hab B verteidigt! Ey B ist doch weiß! Ja! Weil da einer gerade war! Und den hab ich fertig gemacht! Und unsere Leute kamen gerade noch nicht an! Oha! Ich hab jetzt Heavy und Light gemacht, aber ich hatte gerade einen mega Love-Shash mit meinem Light-Spam, mal so eine Runde davor. Also das war halt wirklich Spaß. Vor Honor, wo die Ere ist halt nicht mehr da. Da ist hier wieder ne Bushi. Der Bushi! Oh nee, zwei gegen einen. Hey! Aua! Ich bin hier am Spam! Lass es! Böse Black Power! Böse! Zwei auf B! Der wurde zerflückt! Nicht von mir, aber hey! Oh, C, ich habe verloren. Ich hole C wieder. Also ich versuche es. Einfach nicht zu viel. Du schaffst aus, Sven. Das ist krass. Hab's geschafft! Ja. Ja. Und jetzt verlier ich FGAC! Hilfe! XBM! Shining! Ich hab bei dir noch nicht noch keine Leistung an Deck. Ich hab grad Rache. Naja, das heißt bei dir ja nichts. Und dann. Und dann. Okay, ich war grad eine Exekutierung. Alter. Eigentlich geholt, aber zwei gegen einen ist fies. Naja, jetzt mach ich zwei gegen einen. Pass auf. Gerade bei Exekutieren war ich ruhig von hinten gekillt. Okay. Alle vier auf C. Hoha! Das ist keine Schneider hier. Äh, fehl ihn ein. Ich hab, ich hab zwei draus geholt. Wir machen das mal. Was machst du denn hier Sven? Ich wollte was ausprobieren. Anstatt B zu holen, machst du nix. Wer bist du denn der auf den Schnappst und kriegt man C? Ah, sind immer noch vier da? Drei. Mhm. Ich hab jetzt versucht B zu holen. Ach Sven. Du musst doch taktisch agieren. Ja, taktisch. Geschmackthilk, ich sag ja. Ja. Sie verlieren. Oh ne. Soll ich eine Wiederbewegung holen? Ja. Wurde ich jetzt C oder nicht? Oder waren die da? Komm mal nach B. Ich verteile immer B. Okay. Also muss ich extra kommen hier. So. Kill abgesnackt, wie jetzt geht ihr? Ja, dann rett du mal hoch. Das feindliche Team bricht ein. Ja. Da ist nur Rossi, Sven. Äh, nur Buki. Mach das mal. Oh Mann ey, das war so dumm gerade. Alter. Ja. Ohne Aus. Ja, das war, da hab ich grad richtig rein genoogt. Hey Leute, Kurt, also ne, so. Alles löschen, was ihr grad gesehen habt. Das war schlecht. Hab ich nie gesehen. Ich will keinen Kommen dazu hören, das weiß ich selber. Na komm her! Was ist los? Ne? Heess. Na zul ton jetzt wer die anderen ran? Hast du wieder reingehint, Oder? ich habe mit den falschen visiert als ich jetzt ich habe auf B eingeholt jetzt wird nur noch eine ok schön warum 1 klingt da gar nicht mehr so schlecht das heißt sie denken wo jetzt bist du wächter ich hab noch eine kriegstreiberin in petto ja ich konnte nicht so gut ich habe alles ein bisschen noch bringe rechter berserker hier sind da zwei händer noch mal gespielt dieser oberer selbst sie ist geschafft ich glaube doch das sind wächterhaltung sind alle auf c so dass ich jetzt immer noch kein ok der arbeit zu langsach der arbeit zu langsach den einen hätte ich auf jeden verkriegen also das war eigentlich eben würde ich nur habe ich ja noch in einführungsphase und kann jeder krachter wie seine kriegshaltung wie ändern oder nur eroberer jetzt ja sagen muss man die aktionsliste angucken was soll das da kannst okay zwei gehen jetzt ja richtig durchgefetzt und ich habe die krassen bei mir das kann auch sein das ist meine ausrede ich habe die krassen bei mir alle mitte ja ich habe kein träge gegen mich ich jetzt mal nach 10 wieso ist die rache denn so schnell weg ich habe gefühlt ein schlapp versammelt und dann war die rache auch immer weg das ist schön ok b sind wir zwei alle mittel gefühlt sonst ja kommst du dann machst du fertig ok es wenn es doch ja gegen zwei oder drei ist doch kacke ich konnte mich auch nicht mehr bewegen davon beim fuß voll ja ja so viel fuß voll kugel nicht gut du weißt ich bin ja da was umdrehen weg damit ich komme jetzt einfach schmutz ich weiß was sie los sind ist mir schon klar ich weiß was sie los sind ist mir schon klar ich komme gerade diese frau wieso kriegswehr weißt du ich stehe hier oben so auf mein podest gucke einfach zu wie die alle anderen alle kämpfen ich verzweifelt die alle in der mittel stehen ich habe auch ein wächter hier aber das angehittet ja ich muss eben kämpfen was hast du dagegen 2 gegen 1 so ich habe aber verheiratet ist doch ein kampf ja schaffst du es danke für die hilfe das mal hier also vier verteidigen ja schön kannst du gerne mal meine da musst du natürlich dich darauf einstellen loop team jetzt natürlich hast du jetzt gesehen ich bin krass mein ich bin der zweifeste ist gerade mp weißt du